Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem bestellen Fortnite Video auf meinem Kanal A4FU und ja, wir machen heute eine random skin challenge also ich glaube ihr sehen wollt schon, ja ok also wir machen heute eine random skin challenge lasst doch ein Abo und ein Like da und ja, wir dürfen jetzt nicht mit Lila in Waffen führen, weil der Skin halt Lila ist und ja, also morgen oder in drei Tagen oder zwei wird halt ein Video mit meinen Freunden kommen ich weiß, heute kam das Video ein bisschen später aber ich meine euch interessiert zwischen mich eh nicht, weil es halt nicht, weil ich halt nicht so bekannt bin ja, abonniert mich doch gerne und lasst ein Like da und die erste Runde läuft mir halt nur mit Lila, dann darf ich spielen aber Heilung, äh, dürfen wir immer mitnehmen und die Spider-Man-Hände dürfen wir auch immer mitnehmen und gerade so war das dumme, ich hab ein Video aufgenommen und dann kam einfach diese dumme Nachricht, dass ich nur noch 20% hab deswegen hat man nichts im Video gesehen und deswegen muss ich jetzt ein neues Video machen ja, also es ist halt so im Lauf ja, wir müssen ja nicht von Problemen, ok nur mit Lila in Waffen halt, ok ja, Lila in Waffen, wie kriegt man schnell Lila in Waffen eigentlich, ja boah, ich hab selbst keine Ahnung wie kriegt man schnell Lila in Waffen, ja boah, ist schwer, ne ich würd sagen, wir wollen uns erstmal schließlich Spider-Man in Hände damit Menschen schnell unter Witz sind ja, und dann muss man halt schnell in Waffen bekommen ja, wir finden schnell welche da, ne also, die Spider-Man-Hände dürfen wir immer benutzen, so ist, das macht keinen Unterschied, natürlich da muss ich die Spider-Man-Hände benutzen ja, 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 ok ich hatte halt, um die Runde davor hatte ich fast das ist ein epischen Lila in Waffen das fällt groß, ne ja, so wir landen hier, weil wir dürfen 2 Mähende sein wir spielen auch übrigens auf Switch aber nicht und dann während man das Bild auf dem Fernseher ein bisschen stehen bleibt manchmal ja, 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 ja ja, ja hier wo warnt ihr? äh ok dann geh ich halt hier rüber, hier rüber ja, hier hör grad an, ne wo wir uns hier hin so ja, ich weiß halt nicht ich frag euch mal ich mach nur ne Frage an euch wie findet ihr meine anderen Videos mit Blallstars wie ich komplett verloren hab äh Da haben wir noch diese 3 Spiele die ich getestet habe, eines Fahrradschwebers, die gestern durchgekommen ist, Subway Surfers müsste heute auch noch rausgekommen sein. Stimmt, heute kam da schon ein Video, stimmt ja. Subway Surfers tut mir wirklich leid, dass die Qualität so doof ist, sag ich mal, weil ich weiß halt auch nicht, wieso die Qualität so doof ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hab einfach ganz normales Subway, so etwas geschmäh, ein Video davon gemacht, also aufgenommen, mit Bildschirmaufnahme und dann fand ich mal, also, wow, für die Qualität dann so schlecht vernahmen. Ja, das ist alter Aufnahme. Warte mal, ich muss doch kurz weg. Okay, ist alles gut, ist alles gut. Ich wollte nur kurz was gucken. Okay, wir können uns wieder einholen. Ich glaube, dass ich kurz weg musste. Ja, aber noch kurz kommen würde. Ja. Ich hab noch keine Lieder, noch in den Zapfen gefunden. Okay, mal gucken. Vielleicht wird auf heute mal ein Video mit meinem... Wir wollen jetzt solche Ziele nicht. Also, ich hab ja gesagt, mit meinem Freund vielleicht mal. Also, wir wollen nicht weiter aufhelfen. Ähm, ja. Wir wollen nicht weiter aufhelfen. Wir wollen nicht weiter aufhelfen. Wir wollen nicht weiter aufhelfen. Oh, das ist gar nicht mehr. Oh, ich muss kurz... Schild. Ja. Kleine Schild drin. Genieß. Ich sag das mal. Äh. Schon wieder musste ich gerade... Was ist heute mit mir los? Sag mal. Äh. Ja. Ach, ich dachte ganz kurz, dass seine Kisten es war, aber nur mit dieser... Anonymen Style in meinem Rucksack. Weil es manche Fragen sind, welcher Season ich spiele. Ich spiele seit dieser Mavis Season. Spiele ich. Also... Ja, die Mavis gehen sich halt... Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Hallo. Hallo? Was machst du hier? Vertankt. Ich glaub jetzt einfach mal hin. Tschüss. Oh, der hat einen guten Grad. Äh. Hi. Das geht nicht, Bro. Was macht der? Ey, das geht... Das geht nicht. Was macht der jetzt? Oh, jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Hallo, was machst du? Äh. Jetzt heilt der sich. Kannst du auch mal weggehen? Kannst du hier vielleicht mit deinem komischen Quad da wegfahren? Bitte? Ich hoffe, dass du weggehst. Ich komme wieder eine Waffe. Och, komm. Hau doch ran, gerade. Und jetzt fahr mit deinem doofen Quad. Ja. Danke schön. Tschüss. Schlechtes Haar für sie. Danke. Pff. Da. Ja, warum hab ich da? Ich hab nichts. Oh, russische Trank nämlich. Drei Stück? Boah. Oha. Sollte es drei einfach sind. Ich brauch halt ihn rein. Ich hab nur einen, meine ich. Gibt's denn Cozy essen? Er braucht ein Auto. Ein Spiderman. 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 Okay. Oh. Oh, was! So. Äh. Geh weg bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja. Hä? Ja. Warum? Ja. Mir fällt genau ein. Wie ein Life, ne? Boah. Okay. Oha. Hall ab. Lass mich nicht. Hallo. Was hab ich denn getan? Ja. So ist das echt total. Ich bin mir so auch nicht aufgemacht. Ja. Da wird schon wieder. Bisschen schnell raus, bevor der Weg nachkommt. Spiderman. Hui. Können wir kack pretty much? Oha. Wo ist der? Ach, komm! Hier ist keiner. Bitte. Aus dieser Kiste kommt jetzt eine lila ne Waffe. Keine gallen nicht, nehm die da nix. Ach komm, das soll ich mit ner grünem Waffe. Wirklich, jetzt kein Witz was euch machen können? ich habe ich damit ja ok 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 ich hoffe ich habe meine Videos auf jeden Fall also hoffe ich halt oder auf jeden Fall ich habe halt schon andere Videos gemacht wie Sucker Surfer ja ja mhm warte zelt ne wir brauchen nur zelt ui 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 ist vielleicht irgendwo ganz zu kontinuierende Wache auch Eu ja ich hab schon so viele Moniziere gefunden aber keine Ahnung, sie will da noch von die Frönde davor habe ich so viele Lieder und den Goldenen Waffen gefunden sie haben doch gar nichts was ist das ich kann halt einen Granat noch machen über werden Oh, hallo! Was? Ist das ein Loch? Ja, ich glaube. Ich glaube, den kann ich mit Donaten treffen. Ja, komm. Ich weiß doch nicht, warum das? Kennst du hier? Ist das... Ist das ein Loch? Ja, komm. Ich weiß doch nicht, warum das... Das ist ein Loch. Kannst du mich? Oh, komm! Wie? Ach, komm. Hinten wir jetzt auch noch? Oh, nein. Oh, nein. Ja, ich bin schon weg. Oh. Oh, oh. Ich muss gerade noch einen Wecken. Doch, da liegt jetzt ein Weinchen. Ich habe auch gesehen, dass mein Freund meinen YouTube-Kanal gefunden hat. Ja, mit dem wird es wahrscheinlich auf einen freiten Video kommen. Und wenn... Also, wenn du das siehst hier... Ich sag mal den Anfangszustand von dir. B. Wenn du das hier siehst, okay? Ich hoffe, du kannst in drei Tagen. Weil da gehen ja deine... Äh... Dings weg. Was du ja gesagt hast. Oder in zwei Tagen. Nein. Okay, das ging jetzt auch mal bald. Ah, okay. Die Zonung! Oh mein Gott! Ich habe gar nicht darauf geachtet. Zum Glück kann ich schon schnell abhauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja auch so nett. Also, hey, das war ja so cool. Oh mein Gott. Okay. Das merkt mich irgendwie. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich laufe gefühlt, also ich bin ja glaube ich schon 10 Minuten in dieser Runde. Ich kann ja mal auf die Zeit gucken. Äh. Was war? Ja, ich bin schon circa 10 Minuten in dieser Runde. Mein Freund hat mir gerade geschwemmlich gemütlicher. Ich bin schon mal fertig. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das? Das ist richtig. Hm, da. Okay. Was ist das? Tun, 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 tun. Oh mein Gott. 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 Was ist das? Hä? Hier ist auch nichts drin, ne? Ich bin ja schon mal. Oh, jemand hat einen Siegeskönner abgeworfen. Ist das geliebt? Oh mein Gott. Wie haben wir das geliebt? Das habe ich schon mal gesagt, aber... Das habe ich eigentlich nicht. Was machen wir jetzt? Jetzt können wir das ändern. Oh mein Gott. Ich... Nee, ich bin jetzt da... Warte mal, bitte. Geil. Ja. Ich glaub, das war doch die Einzelhunde von dieser Skinschallenge. Dieser einen Skinschallenge. Ich find halt keine lila ne Waffe. Das ist doch ein bisschen brav, oder? Und nochmal ohne Zeltung. Ich glaub, ich hab ja lila ne Waffe, aber... Autografisch ist das? Ja. Bitte lila ne Waffen. Bitte. Gesamt goldene dürfen wir jetzt auch mitnehmen. Ach komm. Komm. Nein, Gegner kommt. Entschuldigung. Sonst war das so. Der auf der. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ah! Nein! Mein Spider-Man ist am Leer! Oh mein Gott, nein! Verkauf deine lila ne Waffe. Ich glaub, der verkauft mal ne exotische Satan, ne? Schade. Oh mein Gott. Die Hunde ist ja ultra doof. Warum? Komm, geh ich keine lila ne Waffen? Ich hab jetzt auch keine Swallow in meinen Händen mehr. Was ist halt das doof? Da oben ist halt noch wer. Und ich kann halt nirgendwo drauf schießen. Bitte Kiste. Ist da? Ja, ich glaub da ist ne Kiste. Bitte lila ne Waffe. Nein! Ist keine Kiste. Also. So. Kann man ein bisschen gucken. Mein Gott. Kann nicht gut manche Leiden fahren. Sehr gut. Alles mal mitgestanden. So. во-huh! So. 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 Könnte halt wirklich eine Null-Kill-Challenge sein, weil ich finde keine Lilane-Waffen oder Goldene. Und dafür habe ich nur, weil nur ein Lilane passt. Na okay, vielleicht auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall viele Lilane- und Goldene-Waffen gefunden. Vor allem, selbst eine Goldene- oder Lilane-Waffe würde mir schon reichen. Wir wollen nicht gleiche Challenge-Sagen rechnen. Ich kann die Challenge nicht abbrechen. Okay, ich muss kurz. Ja okay, ich kann ja eigentlich keine Lilane. Du musst die Waffe mitnehmen, bis ich eine Lilane- oder Goldene finde, okay? Aber was muss ich tun? Jetzt du den. Ich habe eine Lilane- oder Goldene-Waffe. Der muss halt jetzt sterben, na? Der baut dann ja noch mehr. Hallo, wie viel willst du denn noch bauen? Ich habe eine Lilane-Waffe. 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 Ja, wichtig, so wichtig, das ist so wichtig, oh mein Gott, ja, oh mein Gott, ja, das ist so geil, es sind nur noch zwei Gegner, oh mein Gott, wie, wie viel Glück kann man da haben, dass er da einfach steht und nichts macht, ich muss hier oben ein bisschen bleiben, ob man hier, was macht der denn da, hä, oh ne, ich glaube, der macht was, das ist der letzte, da liegt ne Krone, oh, ich noch nicht, ich beispielsweise bin, ich bin nicht weger, Was ist denn das? Haha, wo ist das? Was war das? Oh, ja. Was ist denn das? Was ist denn das? Dann wollen wir auch... Aber kann... Oh mein Gott. Bitte nicht. Kommt. Jetzt schließe ich dich mal runter. So. Na jetzt. Ich hoffe, der ist nicht in der Zunge. So. Was ist denn der Herz? Bitte. Es soll klappen. Nein. Das wäre so cool gewesen. Ich bin der Herz. Ich bin der Herz. Ich bin der Herz. Ich bin der Herz. Oh. Ich bin der Herz. Ich bin der Herz. Nein, ich bin runtergefallen. Ja. Ich bin der Herz. Hier schora. Ich bin der Herz. Und guck ich mir hin. Und dann... Ich bin der whatever... Es war sehr knapp. Ja, es war sehr, sehr knapp. Und ja, bis dann.